Die bayerische Tänzerin Katharina fordert Irland heraus, im irischen Volkstanz. Ob ich sie schlagen werde, die Iren? Na logisch. Katharina hat zwei Stunden Zeit, um einen irischen Solo- und Gruppentanz zu lernen. Dass ich das so ackern muss, das hat mir keiner gesagt. Eine letzte Probe mit dem Ensemble, ein letzter Soundcheck. Ich habe es im Park noch geübt und so. Und dann lasse ich weg. Ich brauche mehr Platz. Hi. Oh Gott, meine Nerven. Showtime. Who's winning and who's losing? Katharina muss 104 Dezibel schlagen. We're ready now to make some noise, let's. Ready? So knapp. Katharinas Score 103. Ach, da sind schon Zahlen. I was very proud of her. It was a success. Aber voll. Ich kann voll abrocken jetzt hier. I was antiballerallen. Ich bin ja auch. Ich bin ja auch. Ich bin ja auch. Untertitelung des ZDF, 2020